So. So, haben wir. Na, komm. Oh, passt genau. Hervorragend. So. Momentan könnte ich hier ja auf die Höhe irgendwie eine Bücherei machen. Hier wird ein Werkraum. Äh, ja. Komm runter da. Dieses Hin und Her hier. Hm. Okay, ähm. Moment. Erde. Kies. Bruchstein erst mal das Zeug loswerden. Dann Bruchstein. Nein. So. Eine Spitzhacker habe ich noch dabei. Ja. Kling. Okay. nicht und und da und 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 okay das wäre das ist quasi mein zugang hier zu dem spalt da Und hier noch. Okay. Das ist ja schön. Wieso habe ich da oben eine Fackel reingesetzt? Na ja. So. Dann brauche ich auf jeden Fall Steinstufen. Oh Gott, wie viele? Boah. Zack. Oh Gott. Oh Gott. Hi Schleimi. Okay. So, damit hätten wir das schon mal. Oh, was geht? Ein bisschen Minecraft. Und bei dir? So. So, machen wir hier. Die Tür. Packen wir das schon mal nach da. Ähm. Bett. Nach. So. Da kommt Schlafzimmer dann rein. Ja, hier. Keine Ahnung, ob ich hier mein Lager baue nach unten. Mal gucken. Oh doch eigentlich. Ne. Alt. Shit. Ach, da geht nicht. Ah. Pfff. Oh. Moment. 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 Ähm. Oh. Oh. Okay, das muss ich mir dann überlegen. Nichts. Das ist aber nicht viel. Ach, das ist ja leider richtig lade. Ehh. Ich bin überraschend. Ich bin überraschend. So, dann baue ich hier die Treppe runter. So, und noch mehr Bruchstein. Bruchstein, Kies, Bruchstein. Nehmen wir mal alles mit am Bruchstein, was wir haben. Oh, runter da. So. Dann. Moment. Wow. Wow. Ach, leck mich. Ja, komm, hau ab da unten. Du kommst hier nicht hoch, oder? Kommt der hier hoch? Habe ich hier irgendwo einen Aufgang gebaut? Ich weiß es nicht mehr. Ja, genau. Come do it. Hier in Nutten. Okay. Äh, mein, wo ist der Aufgang hier? Ja. Ähm. Puh. Mach mal da. Ähm. Ah, shit, da komme ich nicht. Oder? Ah, doch. Sehr schön. Ähm. Sack. So. Das ist quasi mein Abgang hier in den Spalt. Jo, passt. Gut. Äh, Treppen. Oh, das ist schön. Dann, dann, Fackel, so. Okay. Da war der Ausgang. Ich bin begeistert. Spalt, bla, bla. Okay, hier habe ich meinen Abgang. Das passt. Sehr schön. Ihr seid natürlich immer noch da, ihr kleinen Nutten, ihr. So, den machen wir noch mal ein bisschen breiter. So. Und hier noch mal ein bisschen Platz machen. Ah, da, 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 oh, Kohle. Echt, jetzt? Hm. Next keys. Im Wesenskampfkampfwasser, das fehlte noch. Lass mal ein bisschen Licht hier reinbringen. Ganz schön dunkel im Stream. Sehr schön. Was hab ich mir denn hier mal gedacht? Wahrscheinlich gar nichts. Ja...